Wir sind heute in einem Schwimmbad unter X. Hier wurde auch ein sehr bekannter Film gedreht, hat der Mario gesagt. Netflix Serie. Ich frage mich, wo es nach oben geht. Oh, hier sieht es schon mehr nach Schwimmbad aus. Oh ja. Jetzt kommen wir nicht mehr hier nach oben nachher. Da geht eine Treppe nach unten sogar noch. Statt nach oben. Guck mal hier. Ist gar nicht so lange her. Hier sind Leute langgegangen. Wie ist das? Nass. Ganz schön groß, ne? Ja, ganz schön verwinkelt und verwunkelt. Also hier ist die M-Station. Das sieht doch schon gut aus hier. Ja, das sind die Umkleiden, ne? Das sind die ganzen Umkleiden. Oh ja. Hier sind drin. Hier riecht es schon nach Schwimmbad. Ne, ach ja, als ob hier was ist. Empfangsbereich. Ja, geil. Ja, das ist es. Okay. Okay. Alter. Ich bin ja da runterfällig. Mann, scheiße. Ich hab richtig weiche Knie. Seit meinem Unfall. Hab ich halt so ein bisschen Angst vor Höhe. Wow. Das sieht jetzt nicht so hoch aus wahrscheinlich. Ja, das sieht schon geil aus. Musik 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 Eigentlich voll klein, ist das nur dieses eine Decken? Ja Guck mal wie viele Umkleide Dinger die haben Wie viele Leute sollen in das Schwimmen gehen gleichzeitig? Weiß ich nicht mehr Vielleicht für Schulen oder so so dass die klassen hier hin sind abduschen hier einmal das hundertprozentig für klassen hier wird ach die schule ist doch hier neben das hundertprozentig für für die schule da war das schon was die tür ist offen das problem ist nur dass wir mit uns auch nicht ne der ist da offen direkt der ist direkt offen neben also links daneben ja guck mal hier was hier liegt das war damit wahrscheinlich verschlossen jetzt hat man einfach abgemacht und warum haben wir da nicht als erstes druck und